Wer 15 oder 16 ist, weiß oft noch nicht, wohin ihn sein Berufsweg führen könnte. Ein Wegweiser in die richtige Richtung kann die Berufsinformationsbörse sein, die die Oberschule Rodenkirchen am Donnerstag zum achten Mal angeboten hat. Insgesamt zwölf Unternehmen und Behörden aus der Region stellten sich den 128- und 9-Klässlern vor. Jeder Schüler durfte sich fünf Stationen a 40 Minuten aussuchen. Besonders gefragt waren Rehau aus Brake und Stelwind aus Nordenham. Bei Stelwind fertigten die Schüler aus kreisrunden Aluminiumblechen Rosen. Daran wollte Ausbildungsleiter Peter Siefkin ihre Eignung als Konstruktionsmechaniker erkennen. Stelwind stellt Monopolis her. Das sind Standfüße für Windkraftanlagen auf hoher See. Erstmals dabei war die Nordenhammer Zinkhütte. Zu den Unternehmen, die gute Realschüler suchen, die eine berufliche Zukunft in der Wesermarsch suchen, gehört auch die Landessparkasse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017